Die Streitkräfte Israels genießen einen fast schon legendären Ruf. Ihr Erfolg garantierte, dass der Staat Israel trotz zahlreicher Kriege auch heute noch existiert. Und viele Beobachter sagen, Israel habe die vielleicht stärkste Armee des Nahen Ostens. Warum das so ist, darum geht es heute. Hallo zusammen, hier ist wieder Konstantin und heute soll es mal wieder um ein militärisches Thema gehen. Nämlich um die israelische Armee und warum sie so schlagkräftig ist. Und was ich hier aber nicht unbedingt machen möchte, oder zumindest nicht nur, ist so ein klassisches Panzer zählen, Flugzeuge zählen, U-Boote zählen. Dafür gibt es andere Seiten, die das sehr viel besser machen können als ich. Was ich hier machen möchte, ist zwar auch darauf eingehen, welche Ausrüstung die israelischen Soldatinnen und Soldaten haben, aber ich möchte auch ein bisschen mehr in die Geschichte gehen. Ich möchte euch erzählen über die Kriege, in denen die israelische Armee schon gekämpft hat und wo sie meistens gewonnen haben. Und ganz wichtig auch über die gesellschaftlichen Zusammenhänge und die gesellschaftlichen Bedingungen, die eben auch existieren müssen, damit eine Armee so schlagkräftig sein kann wie die israelische. Und wenn euch solche Themen interessieren, also auch Militärgeschichte und Militärstrategie, die des Nahen Ostens, dann würde es mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann kriegt ihr das auch immer wieder mit. Ich kann praktisch den ganzen Nahen Osten durcharbeiten mit einer Analyse über das Militär, also von Israel, wo wir jetzt vielleicht anfangen, über die Türkei, Ägypten, Iran und so weiter. Also alle spannenden Länder kann ich abbehandeln. Wenn es euch so interessiert, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren und abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, indem wir uns anschauen, in welchem geschichtlichen Kontext wir uns bewegen und welche Konflikte und Kriege die israelische Armee schon hinter sich hat und wie sie sich praktisch diesen Ruf erkämpft hat, wortwörtlich, dass sie die stärkste Armee des Nahen Ostens ist. Der erste Konflikt, in den die israelische Armee gekämpft hat, ist der sogenannte israelische Unabhängigkeitskrieg. Der begann 1947. Ab 1948 spricht man dann auch oft vom arabisch-israelischen Krieg oder vom ersten arabisch-israelischen Krieg. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen, auch Deutsch und Englisch ist unterschiedlich. Auf jeden Fall kann man da sagen, dass es der Krieg war, der Israel als Staat zur Welt gebracht hat. Ab 1948 hat sich Israel unabhängig erklärt, als sich die Briten zurückgezogen haben aus dem ehemaligen Mandatsgebiet Palästina. Das ist ein Thema für ein anderes Video. Und auf jeden Fall in dem Moment, als die Juden praktisch sich zu einem Staat erklärt haben, als Israel sich zu einem Staat erklärt hat, da sind die Armeen von fast allen benachbarten arabischen Staaten in diesen frisch geborenen Staat Israel einmarschiert. Und der Krieg war dann letztendlich ein Kampf zwischen Israel und Ägypten, Jordanien, Irak, Syrien, dem Libanon, Saudi-Arabien und Jemen. Und es war mehr oder weniger das Ziel dieser arabischen Streitmacht, die Juden wieder ins Meer zu treiben. Denn Israel wurde als koloniales Projekt gesehen, als Missachtung der arabischen Bevölkerung, der muslimischen arabischen Bevölkerung, die dort seit Jahrhunderten lebte. Und man wollte dieses Experiment, diesen Staat Israel, sofort wieder auslöschen, damit er sich gar nicht erst festsetzen konnte. Wie wir alle wissen, hat das nicht geklappt. Die frisch gegründete israelische Armee, die aus verschiedenen schon vorher existenten bewaffneten Gruppen hervorgegangen war, die hat es geschafft, diese Armeen der Vereinigten Arabischen Staaten letztendlich zurückzuwerfen und hat so das Überleben Israels gesichert. 1956 gab es die sogenannte Suez-Krise. Da war Israel an der Seite von Frankreich und Großbritannien gegen Ägypten involviert. Das ist auch eine spannende Geschichte. Die Ägypter wollten letztendlich den Suez-Kanal verstaatlichen, was wahrscheinlich auch ihr gutes Recht war. Auf jeden Fall hat das den ehemaligen Kolonialmächten nicht gepasst. Und sie wollten den starken Mann Ägyptens, Gamal Abdel Nasser, wollten sie absetzen und wollten letztendlich Ägypten zeigen, wo der Hammer hängt und wer die Weltmächte sind. Das haben aber die richtigen Weltmächte, nämlich die Amerikaner und Sowjet zu diesem Zeitpunkt, gar nicht so toll gefunden und haben dann letztendlich dafür gesorgt, dass Briten und Franzosen sich zurückziehen mussten und letztendlich auch die Israelis, die daran beteiligt waren. Für Israel trotzdem militärischer Erfolg, für Frankreich und Großbritannien eine große, große Schmach international und so das deutlichste Zeichen, dass weder Frankreich noch Großbritannien noch bei den großen Weltmächten mitspielen können. Wir kommen zum Sechstagekrieg, dem vielleicht wichtigsten Krieg, den Israel je gewonnen hat, 1967. Der Anlass war, dass Ägypten einen strategisch wichtigen Zugang zum Roten Meer und damit zum Indischen Ozean für Israel gesperrt hat und die Spannungen wuchsen immer weiter und Ägypten hat letztendlich 1000 Panzer und 100.000 Soldaten an der Grenze zu Israel aufmarschieren lassen und die Israelis gingen davon aus, dass es jetzt zum Krieg kommen würde und haben dann nicht lange gefackelt und haben das Ganze mit einem Präventivschlag gegen die arabischen Streitkräfte begonnen. Und der war so erfolgreich, dass Israel gleichzeitig gegen Ägypten, Syrien und Jordanien gekämpft hat und alle drei Länder innerhalb von sechs Tagen militärisch besiegt hat und ein paar Kilometer zum Teil vor den Hauptstädten standen. Und in diesem Krieg, der ein absolut triumphaler Sieg dieses kleinen jüdischen Staates gegenüber so viel größeren arabischen Nationen war, dieser Krieg, der wirkt bis heute nach, weil Israel damals Gebiete besetzt hat, die bis heute Zankapfel sind, also gerade Ost-Jerusalem und so weiter. Sechs Jahre später, also 1973, kam dann der sogenannte Yom Kippur-Krieg oder auch Ramadan-Krieg oder Oktober-Krieg und das war vielleicht das Nächste, bei dem die israelische Armee an sowas wie eine Niederlage rankam. Damals haben auch wieder die Armeen Ägyptens und Syriens Israel überfallen und zwar während des höchsten jüdischen Feiertages, während Yom Kippur. Und ihr müsst euch vorstellen, während dieses Feiertages, da ruhte das komplette öffentliche Leben in Israel und das Land war nicht wirklich verteidigungsbereit. Und so kam es dann auch, dass die Armeen Syriens und Ägyptens, dass die vormarschieren konnten. Die ersten zwei Tage sah es so aus, als würde das ein arabischer Sieg werden. Was das für Israel bedeutet hätte, darüber kann man spekulieren, da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf. Aber auf jeden Fall, nach diesen zwei Tagen der arabischen Triumphe, da kam es dann dazu, dass Israel seine Truppen mobilisieren konnte und ab da hat sich das Blatt gewendet. Israel kam dann von Sieg zu Sieg und der Krieg endete dann ein paar Tage später damit, dass Israel nur 120 Kilometer vor Kairo stand und etwas mehr als 30 Kilometer vor Damaskus. Also auch hier wieder, es gab fast eine Niederlage und trotzdem von dieser Situation aus hat sich die israelische Armee freigekämpft und hat letztendlich wieder zwei große arabische Armeen besiegt. Das waren jetzt die großen Kriege, die großen arabisch-israelischen Kriege. Das gehört heute der Vergangenheit an. Mit den meisten arabischen Ländern ist Israel zumindest inoffiziell, zum Teil auch offiziell, verbündet kann man vielleicht nicht sagen, aber man hat den gemeinsamen Feind Iran und das sind heute eher die großen Konflikte. Einerseits Guerillakriege, wie im Libanon zum Teil und in Gaza oder eben so der große, der große Krieg, durch eher so halb verdeckte Krieg mit Geheimdienstmitteln, mit ab und zu Luftangriffen, mit verdeckten Kommandoaktionen und so weiter zwischen Israel und dem Iran. Und das ist das Ironische, die arabischen Staaten, die jahrzehntelang Gegner Israels waren, die sind jetzt mehr oder weniger auf derselben Seite wie Israel, weil sie irgendwann eingesehen haben, Israel will seine Grenzen nicht vergrößern. Israel ist ein Gegner, mit dem man praktisch so umgehen kann, den man einschätzen kann und mit dem man gemeinsam gegen den neuen, größeren, gefährlicheren Feind Iran vorgehen müsste. Also sehr seltsame Dynamiken, die sich da jetzt gerade auftun, Saudi-Arabien zusammen mit Israel gegen den Iran, auch wieder Thema für ein anderes Mal. So, wir haben jetzt etabliert, dass die israelische Armee wohl durchaus als ganz kompetent bezeichnet werden kann. Jetzt gehen wir in die Analyse und wollen uns mal anschauen, woran das liegen kann. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Ausbildung und das Training der israelischen Soldatinnen und Soldaten. Und hier agiert Israel ganz klar nach dem Motto Klasse statt Masse. Denn wir müssen uns anschauen, heute, Stand 2021, hat Israel knapp 9 Millionen Einwohner. Nachbarland Ägypten zum Beispiel hat 100 Millionen Einwohner, mehr als 10 Mal so groß. Und das bedeutet ganz simpel, dass Israel nicht ansatzweise so viele Soldaten ins Feld schicken kann, wie seine Nachbarstaaten. Und das bedeutet, dass sie sehr viel kompetenter, sehr viel effizienter mit ihrer menschlichen Ressource umgehen müssen, wenn man das mal in solchen Begriffen formulieren möchte. In Israel gilt zum Beispiel die Wehrpflicht. Und zwar für Männer 30 Monate lang, zweieinhalb Jahre. Und, das ist selten auf der Welt, die Wehrpflicht gilt auch für Frauen. Und zwar 24 Monate. Zwei Jahre lang müssen Frauen in Israel zur Armee. Es gibt ein paar Ausnahmen für ultraorthodoxe Juden und für israelische Araber. Aber insgesamt kann man sagen, der Militärdienst in Israel hat eine riesengroße gesellschaftliche Bedeutung. Es ist so eine Art Rite of Passage, also ein Ritual, dass du von der Jugend ins Erwachsenenalter übergehst, dass du Verantwortung zeigst und so weiter. Großen, großen Rückhalt in der Bevölkerung auch. Und es ist auch richtig, richtig schwer, da zu verweigern. Also gerade so eine Totalverweigerung ist eigentlich da im System und auch in der Gesellschaft nicht vorgesehen. Das ist wirklich, man wird ja auch sozial geächtet. Ich habe gehört, dass es in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden ist. Aber gerade als Mann, wenn du nicht zur israelischen Armee gehst, um dein Land zu verteidigen, dann hast du es sehr schwer. Und auch nach deinem aktiven Militärdienst bist du nicht wirklich Zivilist. Also du bist Zivilist, aber auch irgendwie wieder nicht. Denn noch Jahrzehnte später kannst du einberufen werden als Reservist. Wenn du deinen Wehrdienst fertig hast, nach zweieinhalb Jahren als Mann, dann kannst du noch bis, ich glaube bis 42 und für Offiziere sogar bis über 50, bist du als Reservist und kannst jedes Jahr für einen Monat eingezogen werden, um weiterhin zu trainieren, um zu dienen und so weiter. Und es gibt so einen Spruch von einem israelischen Offizier, der mal sagte, jeder israelische Bürger ist eigentlich ein Soldat, der elf Monate Urlaub im Jahr hat. Und das zeigt einfach, dass du halt einfach eine riesengroße, oder vergleichsweise für die Bevölkerung, riesengroße Menge an potenziellen Soldaten hast, die nicht erst vor 20 Jahren zum letzten Mal in einem Panzer gesessen haben, sondern die jedes Jahr wieder ihr Wissen auffrischen müssen und auch wieder in den alten Einheiten sind, die wissen, wie man zusammenarbeitet und auf dem neuesten Stand sind. Und das ist natürlich auch ein großer Pool, eine große Ressource, die für eine Armee sehr, sehr wichtig ist. Ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Punkt, und zwar ein psychologischer Punkt, ist die Motivation. Die Motivation und die Moral einer Armee. Und eine Armee kann so gut ausgerüstet sein mit modernen Waffen oder sowas, wenn die Moral nicht aufrechterhalten wird, also wenn die Soldaten keinen Sinn darin sehen, zu kämpfen oder sogar desertieren, dann kann auch die beste und teuerste Ausrüstung einen Krieg nicht gewinnen. Das erfahren die Saudis gerade im Konflikt im Jemen. Bei den Israelis ist das nicht so. Man wird sehr lange suchen müssen, bis man in Kriegen, in denen die Israelis kämpfen, Deserteure findet. Und warum ist das so? Unter anderem an der Geschichte, wie Israel überhaupt entstanden ist und aus der Bedrohungslage, die Israel lange Zeit mit sich rumschleppen musste. Israel ist gegründet worden als Antwort auch auf den Holocaust, als die Deutschen versucht haben, die Juden als Volk auszurotten. Und jeder in Israel hat irgendwelche Verwandten oder Vorfahren, die ermordet wurden von den Deutschen. Und das ist natürlich etwas, was erstens zusammenschweißt. Und zum anderen gibt es halt diesen Gefühl der Bedrohung und dass man zusammenhalten muss, weil man sonst vielleicht vernichtet wird, ganz physisch vernichtet wird, gibt es eine ganz neue Dimension. Gerade auch in den 50ern, 60ern, wenn man überlegt, dass da eine junge Generation war, deren Eltern vielleicht noch Auschwitz überlebt haben und so weiter. Und dann kommen Armeen in dein Land und man hört diese Rhetorik, dass man die Juden ins Meer zurücktreiben will und den Staat Israel vernichten. Das ist eine unglaublich hohe Motivation für Soldaten, für den Zusammenhalt. Und deswegen gibt es auch kaum desertierende Einheiten im Gegensatz zu den Kriegen, die die arabischen Staaten geführt haben. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Israel immer eine Demokratie war, dass die Anführer gewählt wurden, während die arabischen Nationen leider immer Diktaturen waren. Also kann es durchaus sein, dass in einem Krieg, wo du wirklich für dein Land kämpfst, weil du sonst Angst haben musst, dass es vernichtet wird, dass du dann anders kämpfst und motivierter kämpfst, als wenn du von irgendeinem Diktator, der sich an die Macht geputscht hat, an irgendeiner Front in einem fernen Land verheizt wirst. Also ich fasse zusammen, sehr gut ausgebildete Soldaten mit einer sehr hohen Motivation für ihr Land zu kämpfen. Und im Gegenzug hat auch die israelische Gesellschaft insgesamt ein sehr, sehr hohes Bild von ihrer Armee. Also das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein großer Teil der Gesellschaft noch mehr oder weniger aktiv in der Armee ist oder dass alle mal in der Armee gedient haben, fast alle. Und das führt eben dazu, dass das soziale Prestige der Armee vergleichbar ist mit wenig anderen Ländern auf der Welt. Am wenigsten wahrscheinlich mit Deutschland noch. Und in einer Eliteeinheit gewesen zu sein oder Offizier gewesen zu sein, das ist in der israelischen Gesellschaft auch ein ganz großer Türöffner in der Wirtschaft und in der Politik. Wenn man sich anschaut, wie viele hohe Politiker in der israelischen Gesellschaft früher mal Offiziere waren oder bei Eliteeinheiten waren, da ist die Liste wirklich sehr lang. Also man traut der Armee sehr viel zu und man räumt der Armee auch sehr viel Platz im Leben ein. Und das zeigt sich einfach nur daran, auch wie groß die israelische Armee ist in Bezug auf die Bevölkerung. Ich habe ja erzählt, Israel hat 9 Millionen Einwohner. Die israelische Armee hat knapp 170.000 Soldaten. Zum Vergleich, die Bundeswehr hat etwas mehr als 180.000 Soldaten. Also wir haben hier, die israelische Armee ist fast genauso groß wie die Bundeswehr, nur dass Deutschland 83 Millionen Einwohner hat und Israel 9 Millionen. Also man kann es versinnbildlichen, wenn Deutschland eine so große Armee hätte in Relation zur Gesamtbevölkerung, dann wäre die Bundeswehr etwa 1,5 Millionen Mann stark. Der nächste Grund, warum die israelische Armee so effektiv ist und so schlagkräftig, das ist die Befehlsstruktur. Denn die Befehlsstrukturen der israelischen Armee sind wie in vielen anderen westlichen Armeen nicht auf starre Befehlsempfänger ausgelegt. Man hat mehr oder weniger das Prinzip, dass die Befehlsgeber zwar das Ziel vorgeben, aber nicht, wie es erreicht wird. Das soll den individuellen Kommandeuren von Einheiten bis auch in kleinere Ebenen ermöglichen, auf sich gestellt zu agieren. Und das hat natürlich den Vorteil, wenn etwa mal eine Kommandozentrale ausgeschaltet wird in einen Krieg oder auch nur die Verbindung spinnt, dann wissen die Soldaten oder die lokalen Kommandeure, dass sie agieren können, wie sie es für richtig halten. Sie können auf ihr Training, auf ihre eigene Erfahrung vertrauen und können das militärische Ziel, das ihnen gegeben wurde, eigenständig verfolgen. Und es ist nicht so, wie oft in arabischen Armeen auch in der Vergangenheit, dass wenn eine Kommandostruktur unterbrochen wird, dass die Soldaten dann gar nicht wissen, was sie tun und am ehesten noch kapitulieren oder gar nichts tun. Denn das ist nämlich auch ein Unterschied. Ich habe ja schon gesagt, Israel ist eine Demokratie. Die arabischen Staaten, die gegen Israel gekämpft haben, waren das nicht. Das waren Diktaturen. Und in Diktaturen ist es ganz, ganz wichtig für den Diktator, die Armee zu kontrollieren und zu verhindern, dass Militäreinheiten eigenständig agieren können. Und deswegen ist diese starre Kommandostruktur teilweise überlebenswichtig für die Regime, aber komplett kontraproduktiv, wenn du wirklich einen Krieg gewinnen willst. Und das ist etwas, was westliche Armeen und auch Israel eben nicht haben. Die geben sehr viel mehr Verantwortung und auch Möglichkeiten zum Handeln an einzelne lokale Befehlshaber. So, wir haben jetzt sehr viel, sag ich mal, über die Software geredet. Jetzt reden wir über die Hardware. Jetzt reden wir auch wirklich über Panzer, Flugzeuge und so weiter. Denn auch da ist Israel wirklich up to date, ist vielleicht die modernste Armee, die es gibt, mit vielleicht ein paar Ausnahmen. Und sehr viel davon hat damit zu tun, dass sie enge Verbündete der Amerikaner sind. Aber man kann jetzt nicht sagen, Israel hat all seine Kriege nur gewonnen, weil sie die Lieblinge der Amerikaner sind oder so. Denn das war am Anfang auch gar nicht der Fall. Die Amerikaner haben sich erst vergleichsweise spät eingeschalten und auf Israels Seite gestellt. Das war im Unabhängigkeitskrieg noch gar nicht so. Das ist ein anderes Thema. Da war unter anderem Stalin sehr viel mehr auf Israels Seite. Auf jeden Fall gab es in vielen der Kriege, die Israel gekämpft hat, sag ich mal, ein Gleichgewicht. Da waren die Waffen, die die Syrer und Ägypter hatten, gar nicht mal unterlegen. Das waren moderne, sowjetische Waffen und die konnten es durchaus mit den Waffen der Israelis aufnehmen. Aber, wie ich schon gesagt habe, es kommt eben nicht darauf an, ob du jetzt die neuesten Waffen hast, sondern eben auch, wie du sie einsetzt und was deine Befehlsstrukturen sind. Wenn eben gutes Training, eine gute Ausbildung, hohe Motivation und flexible Kommandostrukturen zusammenkommen und dann noch moderne Waffen ins Spiel kommen, dann hat man eben so etwas wie die israelische Armee. Und gerade was die Luftwaffe angeht, gibt es wahrscheinlich nichts im Nahen Osten, was ansatzweise mit den Israelis konkurrieren kann. Sie haben sehr viele Luftüberlegenheitskämpfer, also Kampfflugzeuge, die dafür sorgen, dass die israelische Armee, die israelische Luftwaffe, den Luftraum kontrollieren kann. Das sieht man massiv über Syrien, wo die Israelis praktisch immer mal wieder bombardieren können und niemand etwas dagegen tun kann, weil die Luftwaffe einfach so überlegen ist. Sie haben den Merkava-Kampfpanzer, einer der besten Panzer der Welt und ich könnte mal ein ganzes Video nur über die Ausrüstung der israelischen Armee machen, über die Waffen der Israelis. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Was wir uns aber merken sollten, die Israelis haben nicht nur so gute Waffen, weil sie sie auf dem Weltmarkt oder bei den Amerikanern eingekauft haben. Die Israelis produzieren auch selber Hightech-Waffen und das liegt daran, dass Israel eben auch eine Hightech-Gesellschaft ist und eine Hightech-Industrie hat. Und das verbunden mit dieser ständigen Bedrohungslage und diesem Bewusstsein, dass man sich um die eigene Verteidigung kümmern muss, das führt dazu, dass die Israelis eben eine große, große Ressource haben, die andere Staaten nicht haben. Nämlich eine Hightech-Industrie, die sich gezielt auf Verteidigung und damit auf Waffenproduktion spezialisiert hat. Das vielleicht beste Beispiel dafür ist Iron Dome. Das ist ein Raketenabwehrsystem zum Schutz vor Kurzstreckenraketen. Kurzstreckenraketen. Man kennt es vielleicht aus den Nachrichten, dass immer mal wieder Raketen, gar nicht mal so kleine Raketen von der Hamas oder der Hezbollah oder dem islamischen Dschihad und so weiter auf Israel abgefeuert werden. Und um diese Bedrohung auszuschalten oder zumindest besser damit umgehen zu können, haben die Israelis ein fast schon revolutionäres Raketenabwehrsystem entwickelt, um eben diese Kurzstreckenraketen abzuwehren. Und das passierte nicht, indem sie irgendwelche Waffen der Amerikaner kaufen. Haben sie zum Teil natürlich auch getan. Aber sie haben dieses Raketenabwehrsystem Iron Dome selbst entwickelt. Und zwar wurde es entwickelt von einer staatlichen israelischen Firma, die diesen Auftrag bekommen hat. Und das führt eben dazu, dass man auch den Vorteil hat gegenüber seinen Gegnern, dass die gar nicht wissen, was für Waffen man hat oder welche spezifischen Eigenschaften die haben. Weil wenn man Waffen auf dem Weltmarkt kaufen kann, dann kann man sich natürlich informieren, was jetzt die Reichweite ist, was die Schwächen sind, was die Stärken sind. Aber wenn das alles Waffen sind, die top secret im eigenen Land produziert wurden, dann hat der Gegner natürlich sehr viel mehr Probleme rauszufinden, was die denn eigentlich können und was nicht. Und wir kommen nun zum letzten großen Thema, das vielleicht sogar entscheidender ist als alles, was ich bisher genannt habe, nämlich das Thema der Atomwaffen. Israel ist eine Atommacht. Und zwar die einzige Atommacht im ganzen Nahen Osten stand jetzt, so viel wir wissen. Und das gibt einem natürlich einen unglaublichen strategischen Vorteil und auch einen taktischen, wenn man sie denn einsetzen möchte. Die israelischen Atomwaffen sind nicht offiziell zugegeben. Also die Israelis haben nie gesagt, ja, wir haben Atomwaffen und so und so viele. Sie haben es immer bewusst offen gelassen, damit der Gegner vielleicht auch nicht weiß, wie viele es sind und im Unklaren ist. Und keiner weiß auch, wie viele Atombomben die Israelis wirklich haben. Es gibt da Schätzungen von mehreren hundert. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, wenn man in einem Krieg, der gerade so konventionell geführt wurde, wie die Kriege, die ich am Anfang des Videos genannt habe, wenn man da die Option hat, alle Hauptstädte des Nahen Ostens im Extremfall einäschern zu können. Und so etwas, ich sage nicht, dass das fast passiert wäre, aber die Option war da, nämlich während des Yom Kippur-Krieges. Da hat die Premierministerin Israels, Golda Meir, hat damals ihren Befehlshaber Moshe Dayan, als es so aussah, als könnte Israel militärisch verlieren, hat sie ihm den Befehl erteilt, dass mehrere Atombomben gefechtsbereit gemacht werden. Atombomben, die auf Jericho-Raketen montiert waren und die letztendlich über diese Raketen, von denen Israel auch behauptet, dass es sie nicht gibt, damit hätten sie Damaskus und Kairo treffen können. Also im Extremfall können die Israelis, wenn ein Krieg mal nicht zu ihren Gunsten verlaufen sollte und sie sich mit einer kompletten Niederlage konfrontiert sehen, können sie immer noch auf das nukleare Droh-Szenario ausweichen. Und sie haben ja natürlich auch verschiedene Abfeuersysteme, sage ich mal. Sie können diese Atombomben vom Land abschießen, sie können sie aus der Luft abschießen, von Flugzeugen und aus dem Meer mit Hilfe von U-Booten. Das ist die sogenannte nukleare Triade. Das heißt, selbst wenn ein Gegner Israel nuklear treffen würde und damit das Land verwüsten würde, könnte die israelische Armee im Gegenzug einen Zweitschlag ausführen und den Täter nuklear vernichten. Und das ist ganz, ganz wichtig als nukleare Abschreckung gegen andere nuklear bewaffnete Staaten. Und der große Konflikt, der sich so, wie gesagt, halb verdeckt, halb offen, ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten heranbahnt, ist zwischen Israel und dem Iran. Und das iranische Atomprogramm und die Gefahr einer iranischen Atombombe, das ist wahrscheinlich so die größte Herausforderung, die die israelische Armee gerade in ihren Planungen hat. Ich habe keine Ahnung, ob es jemals zu einem Konflikt da kommen wird. Ich hoffe es nicht. Ich sehe auch jetzt gerade keine akute Gefahr, aber das ist jetzt so Kaffeesatzleserei. Aber das ist definitiv jetzt die größte Herausforderung, wahrscheinlich die die israelische Armee gerade hat. Viel größer, als würde irgendwie Ägypten oder Syriens nochmal in Israel einmarschieren. Da wage ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen. Unter der jetzigen geopolitischen Situation ist es fast ausgeschlossen, dass Ägypten, Syrien, besonders Jordanien, dass die in absehbarer Zeit wieder versuchen würden, irgendwie in Israel einzumarschieren. Erstens, weil sie es nicht könnten und zweitens, weil auch gar kein Interesse besteht. Weil wie ich gesagt habe, diese Staaten, die, also zumindest Jordanien und Ägypten, die sind fast schon de facto Verbündete Israels. Die arbeiten zusammen auf Geheimdienstebene und es geht auch immer mehr in die Richtung, dass sie auch, sag ich mal, eine gemeinsame Front gegen die vermeintliche neue Bedrohung, das Iran, errichten wollen. Und deswegen, solche Kriege, wie man sie im 20. Jahrhundert gesehen hat, gehören sehr wahrscheinlich der Vergangenheit an und die israelische Armee muss sich auf neue Bedrohungsszenarien einstellen. So, das war es auch schon wieder mit meinem kleinen Video zur Frage, warum die israelische Armee so schlagkräftig ist. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann sagt Bescheid. Wie gesagt, wir haben einen ganzen Nahen Osten und auch noch natürlich hinausgehend über den Nahen Osten noch viele Länder, die wir mal so analysieren können, wenn es euch interessiert. Ansonsten schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr gerne sehen möchtet, welche Themen euch interessieren und abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao!